Hallo euer, mein Kind könnt ihr damit recht herzlich kommen auf dem großen Kanal. Ich hab heute auch gesagt, wir haben ein kleines Flas eingehen und ich glaube, sie haben Scratchers Freude. Und es ist mit Scratch gemacht. Es ist mit Scratch. Wow, what? Du Gain. Naidorn, Naidorn. Ah, okay. W-what? Uh, hello. Hey, ich sage, wer ist? Wer, wer ist? Peter? Uh, usually I'll be recording the equipment we have stored in here, but that's me to record these messages for you. So, we're gonna have a few animatronics shipped in throughout the weekend. It's quite a big order from this company called Crafty HQ. Uh, something about bringing these animatronics into another location or something like that. Uh, anyway, we've only had one shipped in so far. He should be on camera one, placed down on the table over there. Uh, weirdly, the CEO of Crafty HQ specifically informed us not to turn off the characters at night. And that we should only turn them off in the day. Uh, he's noted that they might be a little quirky at night. Uh, the one we have now might wander around towards your office. Yeah, we only got this message after you already applied. It's too late now. Uh, but hey, uh, it shouldn't be too difficult, right? Uh, if you can wander down your left or right halls and just shut the corresponding door to your office. Uh, also, apparently, using your heater will slummed down considerably. Uh, he also states that you... Uh, I'm sorry, it's coming to God in my... I think something might be behind you. I think something might be behind you. What's the gas tank flow? If you need something, then just turn your power AC on. Uh, these instructions are ridiculous. Why would there be something in the window? Look, just guard the place until 6 am. Uh, I'm sure these instructions mean absolutely nothing. Alright, now I'll see you tomorrow. Keep an eye out. These are good, right? This can't activate. The air me at the end. Um, we're going to get to it. Like I said, we're going to get to it. We're going to go. Let's see. I'm going to get to it. All right, we're going to get to it. Ne, hier, ich... Leute, Moment, schick ich's gar nicht, was war denn das für ein Hunk? Äh... Ah, hier ist der Gas-Zank. Und auf der Seite... Reboot? Hier... Space Flashlight... Da steht doch S-Kameras, S-Kameras. Ah, Map-Toodle, dem... Hunk. Er ist unterwegs, der war ein hier... Ein bisschen... Leute, ich kapier's denn. Das Scratch of Fright. Der nervt mich. Ha, ha, ha... What? Äh... I... Hallo? Es ist hier kein... Fl... Space... Hey. Jesus Christ. Camps Offline. Video-Era. What? Video-Era. Verarschen. I reboot? Rebooting. Toll. Wir haben jetzt vier Uhr. Vier Uhr. Er spielt Karten. Ich weiß schon gar nicht, wie lange ich ausnehmen werde. Keine Ahnung. Wanneer. So... Uh... E. Sorry about that. I didn't mean to, you know... I honestly didn't... I didn't mean to do any of this. I just... I don't know. But you wanna know something? Das erinnert mich an etwas, eine gute Geschichte, eine gute Geschichte erinnert mich an, es erinnert mich an das erste Mal, ich und Symfowolk und Symfowolk, wo wir auf einen schönen Tag, es war ein schöner Tag, nicht außerhalb, weil wir Amotronics nicht außerhalb können, aber es war ein schöner Tag, und es war, es war ziemlich gut, ziemlich gut, ich muss sagen. Ich is toll, super. Ich kann dir zurück. Laber doch nicht, mach weiter, ich muss doch noch was aufnehmen, du großer Penner, ja, du, so, sowas geht mir sowas von auf den Sack, glaube ich, sowas geht mir sowas von auf den Sack. Jo, wer interessiert es, wenn du aufwacht bist, du Schnupenpuper Herr, leck mich doch jetzt am Arsch, was sind das für Scheißspiele, wo sowas machen, ja, geht's ums Spielen und nicht um eine Gesprächstherapie, du Penner. Ja, ich werde das Ganze, jetzt, 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 jetzt war ich kurz davor hier, einmal probier es jetzt noch, jetzt bleib ich nur in der Ofen, jetzt verstehe ich, du kannst mir nämlich hier, gut, ja, guck mal, jetzt zum Maul, ich warte jetzt hier, ich warte jetzt hier, verstehe ich, schau links, geh mal hin, schau mal da rechts. Ich habe ja da verarschen, ja, solange nichts critical ist, dann kann man hier bleiben, verstehe ich, ach nein, weißt du, ich, ich, ich galoppier hier rum, das tut sich eh nichts, lass mich doch ein paar Mal erschrecken von dem Honk, oder was? Ich habe ja eh nichts zu tun, weißt du, von dem her. Schauen wir uns lieber ein bisschen um ab und zu und singen das Halleluja, oder was, weiß ich. Ich gehe mal da zurück, hier ist ja noch alles normal, ne, weiß ich, hast zwölf. Oh, hier kann ich ja auch in die Kameras, weißt du, wisst ihr, wisst ihr, Leute. Hier unten ist halt das Reboot, noch ist grün und das geht ja runter, ne. Und wenn es halt Rebootet, Rebootet, meistens so, weil was in motion ist. Hallo, kleiner. Ich meine, das ist ein Scratch, gell. Das hier mit den Kameras und so, das sieht ja gut aus. Das kann man lassen. Aber der Rechte halt, der... Oh. Verlassen wir das nicht mehr. Das ist einer Richtung links. Habt ihr nicht da oben durchlaufen sehen? Games Offline, Video Era. Wieso Video Era? Ich reboot, ich kann nicht reboot, ich bin da voll. Wieso Video Era? Habt ihr gar nichts gemacht. Ich hab da gar nichts gemacht. Zwei Uhr. Gleichs flog. Aber wenn ich jetzt hier drauf drücke, passiert ja nichts. Es steigert sich ja nicht. Verstehst du? Ah, es fließt kein Gas. Also der, wo hier durchläuft, ist er. Ha, ha, ha. Ich bleib jetzt hier an der Office. Ganz einfach, weil jetzt haben wir drei Uhr und dann, ab der Führung auch. Wohin du willst. Passiert nicht. Passiert nicht. Moment, ist ruhig. Ja, passiert nichts. Ja, passiert nichts. Ja, passiert nichts. Ich bleib jetzt in der Office. Camps Offline. Schreckt kein Mensch. Er kommt schon da. Das bringt ja mal nix, ne? Scheiße. Feu. Guck. Oh, great. Oh no, oh no. I gotta get the others. Ah, 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 ah. Samphora. Ah, what do you need, ah, 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 ah. Nimm die Tür weiter, nehm die Tür weiter. Wieso? Leute, wieso? Er war doch... Er war doch nirgends. Ja Freunde, das war... Squatchers Fright. Ich werd's nicht weiterspielen. Nein, im Leben nicht. Da hab ich keine Ärmte für. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bitte bewertet euch dieses Video. Schreibt was in die Kommentare. Bewertet dieses Video. Aktiviert die Klocke. Und falls ihr den Kanal behauptet, wenn ihr aufs Kippchen ringt, pressen. Dann subscriben wir schon. Ansonsten genießt das Leben. Macht ihr all live. Habt Spaß miteinander. Hau zu den Gruppen. Bis zum nächsten Mal. Ich sag schon wieder. Und viele Artikel. Und zwei Euro sehen. Dann sehen wir uns bald. Bye-bye.